ok moin moin community es tut mir so leid willkommen beim blau pausen video 2.0 ja so kann man auch views generieren ich weiß es tut mir leid es gibt ein update ich präsentiere euch kurz und knapp playstation 5 nutzer playstation nutzer kein crash mehr schaut euch an ich bin der smarty auf smarty let's play ich mache so schnell wie möglich versprochen viel spaß ok um den exploit wieder zu nutzen erneut zum handwerksmeister wie gestern im video aber es gibt ein paar kleine unterschiede die ich euch erkläre und noch mal ein paar hinweise die ich gestern ein bisschen im video vergessen habt der erste hinweis es gibt schon eine voraussetzung die ihr erfüllen müsst und dies ihr braucht eine menge geld wenn ihr alles upgraden wollt hat einer aus der community im kommentar geschrieben 300.000 gold deswegen gibt es im video von gestern am ende auch noch mal die dupes erklärt mein rat ist aber bleibt locker das spiel geht noch lang es macht so viel spaß overpowered euch nicht das ist mein rat nimmt schon mit was man brauchen kann manche grinding aktion im spiel sind echt too much kommen wir aber auf den unterschied zu gestern zu sprechen als erstes im gegensatz zu gestern reduzieren wir alle items bei dem händler auf 1 ich wiederhole ihr kauft bei dem händler alle items auf dass überall nur noch ein einzelnes item stehen bleibt also nicht mehr kaufen auf 1 reduzieren wenn ihr nachher den exploit mehrfach gemacht habt werden diese items nacheinander aufgrund des exploits verschwinden legt euch kurz schlafen geht wieder zum händler und macht das gleiche erneut dann sind neue items da wenn ihr das alles gemacht habt dann ist es im gegensatz zu gestern der nächste entscheidende punkt wir nehmen diesmal nicht die grauen sachen sondern wir fangen oben an also hier oxidationsmittel ich habe ein bisschen getestet hier ist der einzige schnitt den ich euch jetzt zeige und was mache ich jetzt guckt mal unten auf x ich versuche einfach nur rüber zu ziehen knapp bevor er kauft ich mache also das gleiche wie gestern mit lb oder l1 ich versuche rüber zu ziehen knapp bevor er kauft ich will den kauf nicht triggern das ist meine absicht und da ist es passiert enterhaken entwurf knapp kurz bevor ich gekauft habe rübergegangen also wieder so 95 prozent wie gesagt ab und zu kann es euch passieren dass ihr dann mal ein item kauft wenn ihr es so knapp macht uv leiste entwurf kurz bevor das x da unten der gelbe kreis voll ist ziehe ich rüber wenn wie gesagt manche items mal verschwinden zieht weiter was ist mir noch aufgefallen im video anscheinend ist es so wenn ihr das erste item auswählt dann könnt ihr auch das erste item in eurer liste oben upgraden die weiteren unteren items ich bin jetzt hier mal auf grau gegangen ich habe es glaube ich zehn minuten probiert es klappt nicht mein eindruck ist dass man nur der reihe nach oben ab farmen kann sprich für den zweiten da kriege ich jetzt auch bei dem zweiten was passt auf das funktioniert ich triggere jetzt immer den zweiten hier und da haben wir es nee da habe ich es leider übertrieben jetzt ist das item weg pech aber ich mache weiter mit dem zweiten item und ich meine glaube ich jetzt gleich kurz und knapp achtet darauf da ist er täusch körper entwurf und als nächstes dann wenn man jetzt auf das dritte item geht dann klappt es auch und wurfmesser jaha ihr kennt noch den solo glitch da konnte ich auch wie ihr jetzt seht das wurfmesser x 90 prozent einfach lb a1 drücken fertig nicht kaufen nochmals alle items auf eins setzen wenn es leer ist fangt von vorne an ich habe es nicht geschafft irgendwas mit den grauen teilen zu duplizieren nicht einmal konnte ich da ein upgrade rausholen ich vermute in meinem fall weil ich oben eben unter zubehör noch die drei sachen habe die noch nicht komplett abgegradet habe im gegensatz zu den amerikanischen youtubeln und englischen youtubeln dass er mir nur das zulässt oder erlaubt nochmals als hinweis ich wiederhole den dritten kann man den dritten gegenstand oben den zweiten den zweiten den ersten den ersten weiter unten gezielt kann ich euch nicht sagen wie es geht aber wie ich dein leid in zwischenzeit kenne manchmal wahrscheinlich noch ein video nur darüber es tut mir so leid ich will hier keine klickbaits oder klicks machen aber ich will euch natürlich up to date machen ich habe eure kommentare mitbekommen ich habe die crashes mitbekommen da muss ich ein video nachlegen das ist einfach mein job hier als content creator euch mit den neuesten sachen in deutsch zu präsentieren und informieren auch weiß ich dass einige einfach sehr allergisch darauf reagieren dass solche glitsch und exploits veröffentlicht werden im multiplayer wäre ich 100 prozent bei euch hier mit 8000 trophies und 300.000 gold das ist schon eine echte grinding job und das muss man nicht aber ihr müsst auch nicht in einer woche alles haben ich habe das mal einem anderen game den fehler gemacht lasst es ihr könnt euch ganz schnell auch den spiel spaß zerschießen nochmals meine liebe warnung macht es in maßen das war es auch schon ich habe das video durch ich habe euch alles wichtig erklärt das ist das update es sind noch weitere neuigkeiten und neue videos geplant ich habe einen kommentar gesehen bezüglich besserer jump and run xp da gehe ich darauf ein ich habe eine kleine challenge geplant es gibt ein paar tipps und tricks natürlich noch ein paar nebenmissionen die ich euch präsentieren möchte vielleicht doch hier den broomstick also sprich hier den besen mal zeigen wie es noch geht weil paar sind noch nicht bei der mission weiter da gibt es vielleicht einen trick wie man den auch kriegen kann ich bin da auf der suche bevor man die mission broadcast übertragung abschließen kann aber ich bin am ball für euch danke für euren support danke für die vielen kommentare und likes und den support kev kev super dracula super bike super danke 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 like oder abo wie immer super lieb ich bin der smarty ich bleibs man hört sich man sieht sich tschüss tschüss